Und wir haben einen Japaner am Gerät, nämlich Koji Uyamatsu. Koji Uyamatsu, Japan. Soji Uyamatsu, Japan. Sehr wie Nocta. Sehr sauber, sehr dynamisch. Hier der Bälle in gebückter Form aus der Riesendomselde rückwärts in gebückter Ausführung. Die Stützkehre auf Heinholmen, gefolgt von dem Wittmer. Und die Übung war halt typisch japanisch, also ich würde sagen fast perfekt. Also da wird wenig abzuziehen sein und der Abgang genau den Stand. Also wir hatten eine gute Wertung für den Jahr.